Julia ist Psychotherapeutin. Seit zwei Jahren arbeitet sie zusammen mit zwei Kolleginnen in einer Praxengemeinschaft. Jetzt ist es an der Zeit, ein Qualitätsmanagementsystem einzuführen. Julia ist es wichtig, die Prozesse in ihrer Praxis zu hinterfragen und zu optimieren. Den Einstieg in die teilweise trockene Materie zu finden, fällt ihr trotzdem schwer. Julia wird Stunden damit zubringen müssen, sich durch Texte und Paragrafen zu arbeiten. Die Sonne scheint. Noch lieber würde Julia jetzt ins Grüne gehen. Diese Woche hat sich Julia einen Ordner bestellt. Qualitätsmanagement für die Psychotherapie von Kai Born aus dem Wels Verlag. Im Ordner befinden sich die Grundlagen des Qualitätsmanagements und ein Musterhandbuch zu allen Bestandteilen des Qualitätsmanagements. Praxisfilosophie, Praxisführung und Praxisorganisation, Mitarbeiter und Fortbildung, Patientenrecht und Patientenschutz und Patientenversorgung. Zu allen Bausteinen gibt es hilfreiche Kommentare. Auf der CD befinden sich zwölf QM Musterhandbücher für psychologische und ärztliche Praxen, untergliedert in Einzelpraxis, Praxengemeinschaft und Gemeinschaftspraxis mit oder ohne Mitarbeiter. Julia sucht sich das für sie passende Musterhandbuch raus. Psychologische Praxis, Praxengemeinschaft mit Mitarbeiter. Das ausführlich kommentierte Musterhandbuch enthält alle Vorlagen und Infoblätter, die Julia braucht. Das Handbuch liegt im Word-Format vor, so dass Julia das ganz einfach an die Leitlinien und die Prozesse ihrer Praxis anpassen kann. Jetzt noch abspeichern, ausdrucken und dem Ordner ablegen. Julia freut sich riesig, dass sie einen leichten Einstieg in das Qualitätsmanagement und viele Anregungen für ihre Praxis bekommen hat. So, jetzt aber nichts wie raus an die frische Luft. Qualitätsmanagement leicht gemacht mit dem Ordner QMP. Gibt's auch rein digital auf USB-Stick. 10 Euro günstiger. www.belz.de. www.belz.de 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 www.de